Und mit diesen warmen Worten von Depi Dave und einem Schnabber hier, begrüße ich euch zur nächsten Runde Plants for the Zombies. Ich probiere das jetzt tatsächlich mit dem Schnapper. Ihr seht, ich habe ja nicht mal die Hauptfähigkeiten freigeschaltet alle. Ja, aber so schnell kann es gehen, muss es aber nicht. Gucken mal, hier vorne ist der Teleprompter, ich meine Teleporter. Scheint aber auch keiner lang zu gehen. Ja, warum auch immer. Ja gut, das bringt mir dann gar nichts. Das ist aber praktisch, dass man auch die Sarg-Zombies fressen kann. Und diese ganzen Creeps, das ist gut. Es dauert nur immer sehr lange, ich bin da sehr verwundbar in der Zeit. Ja, jetzt hätte ich gerne den Boost, den ich nicht besitze als Schnapper. Nein, nein, das ist nicht euer Ernst. Kurz gucken hier. Nein, was ist das? Warum bin ich nur so verwundbar? Wenn jetzt ein Zombie reinläuft, haben wir verloren. Nein, ich wusste es. Ich glaube, ich war es hier. Boah, ist mal ganz ehrlich, ist der Schnapper langsam oder ist der Schnapper langsam? Ich meine, auf eine Art und Weise ist er natürlich sehr OP. Ich weiße. Ja, okay. Ich weiß es. Das ist der Schnapper. Ich weiße sie. Sehr gut. Meine Güte. Das ist jetzt mein Tod, was ich jetzt mache, aber Ja, es geht. Also jetzt beim Verdauen ist sie noch langsam, jetzt wird es ein bisschen schneller. Also ich glaube, ich kann hier ganz gut verteidigen. Jetzt ist leider einer durchgekommen. Hallo! Aber schon fünf in der kurzen Zeit, das ist ganz gut. So, zehnmal Stachelkraut kann ich nicht einsetzen. Moment, Spielcharakter wechseln. Jetzt nehme ich nochmal den Schnapper. Alles klar, komm. Das muss man mir nicht erklären. Jawoll! Vergiss es! So, erstmal das Stachelkraut rauskotzen und dann muss ich mal gucken, dass ich nicht getötet werde. Dankeschön! Wieso sind es zwei? Ich guck mal nach dem rechten. Alles ist schade, es geht über Zeit. Ah! Ich dachte, wenn ich stehen bleibe, kann ich ein bisschen unter der Erde warten, aber es ist nicht so. Da habe ich halt zu wenig Schnapper-Erfahrung für. Und jetzt sind sie, haben sie schon wieder verloren. Noch nicht. Wenigstens dich erwische ich noch, bevor ich abkratze. Jawoll! Nein! Verteidigt die Zone! Ups. sehr gut das haben wir im sack und so steigt man mit dem schnapper auf finde ich ja gut dass mir das auch mal geglückt ist ich war das noch mal wenn ich an das kernspiel schnapper 7633 wiederbeleben muss ich nicht ja es ist vernünftig was hat er denn hier gemacht kann ich das kann ich aus irgendeinem grund nicht angucken schade so was habe ich heute gesehen level 183 ja da sind wir noch weit von entfernt 28 ich glaube in den 30er bereichen wird man emblem wenigstens rot das lässt mich auch nicht besser spielen aber wenigstens eine andere farbe sehr cool wie die gurken hier und die karteen gucken so was machen wir ich bin erst level 5 warum warum das mache ich direkt links da wo ich als schnapper gestanden habe da bin ich auch nicht alleine der ingenieur weiß was da los ist der baut nämlich dann da den warp auf hoffen wir es mal so wie war das fünf eimer zombies ne die habe ich sogar noch das ist doch noch eine gifterbste da oben oder so wie war das das? So, direkt mal den nächsten Eimer-Zombie. Nein! Er war schneller. So, ich geh jetzt mal ein bisschen auf Knautsch-Kurs. Nein, nein, nein. Nein, das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. Wo ist meine... Maus ist weg, das heißt immer Escape drücken. So, jetzt ist aber Schluss mit lustig. Die auf dem Dach, die gehen wir mal hart auf den Sack. Und die wussten direkt, was kommt. Und schon wieder, Maus weg. Das ist nervig. Und unser Warp ist weg. Ich krieg zu viel. Ich komm hier durch. So, next Eimer-Zombie. Ach, ich Arsch. Was mach ich denn da? Ohne Kommentar. Komm, drei Minuten noch. Da ist er wieder. Das ist ja fast sowas wie ein Krieg. Mal ganz ehrlich, wie schnell bin ich denn bitte down? Danke. Nett gedacht, aber... Yemi... Waaaat? Waaaat? Weg, lass mich weg! Naaaaaah... Yes. Auf Verdacht. So. Schluss mit lustig. Jetzt haben wir es aber. Oh Gott. Was ist los? Was? Ähm... Pflanzentöpfe. Und Eimer-Zombie. Alles klar, ich muss halt alles mit Raketen töten heute. Nichts leichter als das. Geh ich hier rein? Da ist ne Mine. Komm. humanity. 어디 nicht gehen? � Nein! Wie könnte das passieren? Angst, dass da gleich einer von hinten kommt. Marsch! Trotzdem gekriegt. Oh nein! Wäre ich über die Mauer gesprungen, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Das müssen wir uns schon ran halten. Ich probiere das noch mal rechts rum, weil ich da wenig Gegenwehr hatte. Tut mir leid. Auch wenn die sehr süß aussehen, die Kartoffeln, muss ich euch leider vernichten. Moment mal. Das war mein Auftrag. Sehr gut. So, und jetzt... Ich finde da gerade keine Worte zu. Was soll die Scheiße? Ach, nochmal so ein Drecksmove. Echt, ey. Okay. 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 Warum sucht ihr alle da drin die Konfrontation mit den Schnappern? Das ist doch scheiße. So, ich muss drin. Nein, ich bin weggeschleimt worden. Ja, das wird nichts. Oh, meine Maus ist da. Extra Zeit, komm. Nein. Keine Extra Zeit. Wir sind am Arsch. Wenigstens habe ich einen Teil meiner Aufgaben erfüllt. Und... Aua. Ach Gott, wie schlecht. Wie schlecht. Selbst die Sonnenblume hier. Hat mehr gekillt als ich. Ja, okay. Das war einfach mal eine schlechte Runde. Zitronenfisch ist auch ein cooler Name. I hate you. Okay. Hm. Gut, komm, nächste Runde. Ach, wir hatten das schon verteidigt. Hm. Ist egal. Ich hänge noch ein bisschen was dran. Dann habe ich nämlich die 100.000 Münzen voll. Und dann kann ich in der nächsten Runde anfangen mit öffnen. So. So. Zehnmal Stachelkraut. Das mache ich jetzt. Ich bin da gerade im Schnapperfluss. Das finde ich gut. Gut. Meine Güte, bitte. Stachelkraut gesetzt. Ich setze hier nochmal ein bisschen Stachelkraut. Genau. Wir greifen an. Wir greifen an. Schweinepriester. Das war der Zitronenfisch sogar. Das mag ich überhaupt nicht. So was. Ich muss mal darauf achten, ob mir angezeigt wird, wenn ich was fange mit dem komischen rauskomme. Hallo. Fängst du den mal, oder was? So. Danke. Hätte man natürlich auch vorher auf die Idee kommen können, ne? Ne. Hab ich den ausgerotzt wieder? Anscheinend. No. 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 Wollte schon sagen. Nein. Nein. NICHTCH. Geh, geh, geh Komm herr I like you Aaaaaaah Haas Aaaaaaah Zombies verschlingen, das kann ich ja schon Teamkameraden wiederbeleben, das sollte ich mal machen Hallo Nein Ihr fiesen Schweine Ähhhh Oh Das ist, der ist nachtragen, weil ich ihn gerade im Mund hatte Versteh ich aber auch Dann Wir legen ja erstmal noch Stachel scheiß Ah, da kommen schon die ersten Und ich greife an Und ich bin noch nicht tot, komm ich hier rauf Klasse Leistung, Wolf Ja Scheiße Ich dachte, da komme ich noch vorbei Ich bin noch nicht Ich bräuchte auch so einen boost. Hallo, lauf mal, genau. Nein, schon wieder so eine Aktion. Von wer hab ich denn jetzt abgeschossen? Danke. Ich bin mir auf Nummer sicher. Nein, das ist jetzt sowas von dumm. Wo kommen die ganzen Zombies her? Ich hab gedacht, als der eine aufgetaucht ist aus dem Boden, das wär ich gewesen. Und deshalb hab ich abgedreht. Los, Leute. Das werden wir wo hinkriegen. Ich weiß nicht, wie mir das immer passiert. Aber die Zone ist weg. Na toll. Na toll! Moment, da ist ein Wissenschaftler hergegangen. Ich weiß nicht. 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 So sollte es auch sein. So sollte es auch sein. Ah, dann könnten wir unsere verzichten. Puh, dann gehen wir mit! Dann gehen wir mit! Ich weiß nicht. Dann gehen wir! Nein, da hatte ich ihn doch fast. Schweinehund. Es sind da in der Ecke einfach zu viele und ich renne immer mitten rein, das ist ja generell eine meiner großartigen Fähigkeiten. Was war das? Was? Das war leider nur der Creep, aber immerhin. Niemals, ihr Schweine. Endlich mal. Naja. Naja. Ah, wir haben schon wieder nur die Hälfte der Energie. Danke. Irgendwie. Warum hat er nicht angegriffen? Mehr eins drücken kann ich nicht. Oh, es war so klar. Ich hab überhaupt keine Übersicht hier. Gut. Meine Güte. Das ist ein Scheiß. Gut. Ich danke fürs Zuschauen und nächstes Mal öffne ich wieder ein paar Packs und dann gucke ich mal, dass ich weiter kustomisiere meine Characters. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank.